Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Was? Was? Gerotten auf den Grill? Ist das Hunger? Oh oh! Diese Bewegung immer, Alter! Stellt euch mal vor, es würde bald einen Film geben. Coded Animation, der Film. Das wäre so geil. Bro, äh? Ah, nicht! Boah! Ja, einfach der Master. Was ist hier los, Alter? Boah, der hat die Handel her. Als ob er ist... Es ist einfach so ein Guckoo-Junger, der kriegt den Handel mit Gewichten vorm Kopf und steht einfach stramm. Hä? Ja, er hat nur geträumt! Ey, wenn ich so träumen würde, der hier rumspringt, Alter, wäre meine ganze Wohnung schon demoliert. Hä? Ach, es ist mir sie. Ja, ach so. Oh, komm. Ja, er hat vorne was dran, ne? Oh oh, ich ahne Schlimmes. Ach, verdammte Scheiße, noch eines, Alter. Oh oh oh, du kannst dir doch nicht, dass ich nicht auf den pfalfschafes reif. Oh oh oh, Scheiße! Junge, da bist du auf jeden Fall wach, Alter! Oh oh oh, was denn? Oh nein, oh, 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 oh. Was verdammte Scheiße war das schon wieder, Alter? Oh mein Gott. Ich glaube die dachte, sie ist stabil, Alter. Wie im Traum. Oh, der hatte so viel Kraft wie im Traum, Alter. Das war so krank, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen, wie mir das so war. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.